Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch eine Möglichkeit, wie ihr mit Pakete abentgegennehmen für Nachbarn Geld verdienen könnt. Und zwar heißt die ganze Webseite hier Paketfuchs. Wird auch von Hermes unterstützt. Das ist eine App. Könnt ihr hier für beide Versionen unterladen. Und zwar wie funktioniert das Ganze? Man kennt selber irgendwie, man hat ein Paket bestellt und das Ganze wird dann zurückgeschickt, weil keiner zu Hause war. Und da muss hier extra nochmal der Paketbote kommen. Und das ist natürlich erstens schlecht für die Umwelt. Zweitens saß er dann Paket später. Und an dieser Stelle greift dann Paketfuchs ein. Und zwar registriert man sich hier als einen Paketfuchs, der halt in einem bestimmten Zeitraum immer Pakete entgegennehmen kann für Nachbarn. Und pro entgegengenommenes Paket bekommst du dann sozusagen eine Vergütung von Paketfuchs, dafür, dass du halt ein Paket angenommen hast für Nachbarn. Und die kommen dann über den Tag vorbei. Die wissen sozusagen, dass du die Pakete bekommst. Und dann wirst du dann pro Paket bekommst eine neue Vergütung. Ja, das ist eigentlich das Konzept dahinter. Man muss natürlich zu bestimmten Zeiten zu Hause sein, beziehungsweise man kann das in der App frei einstellen. Man kann auch, glaube ich, in der App einstellen, wie viele Pakete man, sage ich mal, auf einmal entgegennehmen kann. Ja, zum einen helft ihr euren Nachbarn. Ihr unterstützt die Umwelt oder ihr schützt die Umwelt, weil der Paket bote das Ganze nicht nochmal dahin liefern muss. Ihr, ja, ihr helft euren Nachbarn, wie gesagt. Also, man kann da sehr viel Gutes rausziehen. Und, ja, ihr bekommt, ihr werdet dafür auch vergütet pro Paket, wie gesagt. Ihr könnt das Ganze einfach mal ausprobieren. Ja, hier könnt ihr jetzt ein Paketfuchs suchen, sozusagen. Aber, ja, ich würde es einfach mal ausprobieren. Vielleicht könnt ihr euch einen kleinen Nebenverdienst damit aufbauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Haut rein und tschö. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag.